dreht ohne irgendwelche einwirkungen meinerseits so also da ist einer rechts und da vorne ist der zweite 34 ich habe keine ahnung wo hier waffen liegen könnten ich auch nicht ich habe eine ak gefunden das ist gut ich habe diese komische neue pistole bist du das auf wen schießt du der typ der hier neben mir gestorben ist sehr schön da glaube ich eine shotgun ja vorne sind seine kumpels oder so hier vorne ist einer der hat gerade den anderen erschossen mit der shotgun aua aua hier ist noch irgendwo einer war der kollege von dem anderen der hat eine m16 geradeaus hier hinter dem davon läuft er bald in meinem blick ich hole dem 16 treff ich den nicht was das denn da läuft jetzt läuft jetzt ganz weit weg egal siehst du noch da läuft jetzt nach links weiter geholt ich habe ihn einmal erwischt jetzt ist er weg und wir verfolgen einfach schnell ja weißt du das einfach gerade aus den hügel weiter hoch also der ist nicht hier in den der ist einfach gerade aus hinter dem ich glaube das ist in diese große lagerhalle rein lagerhalle oder er läuft gerade ich glaube er läuft links zu den häusern auf dem berg dürfen wieder sehen und ok dann gucken wir erstmal lagerhalle oder recht wir können auch hier erstmal gucken was nein bejagen nicht mehr so viel schuss in einer ak aber reißig und viel als ich kann so getroffen oder so falls du möchtest nämlich habe die winchester ja aber das stimmt in dieser halle möchte fast wetten sehen auf jeden fall nicht hier hinten läuft er auch nicht mehr sondern doch die häuser durchsuchen und guck mal da vorne war ich glaube ich im rechten von den häusern an der linken tür in dem ganz rechten ja auch instant weg hier liegt was für dich jetzt empfiehlt die hole ich mir aber das ist jetzt ja oder willst du kann ich dir ist okay du hast ja gerade nichts besseres ups fenster so jetzt jetzt können wir gerne zurück zum trailer park oder direkt nach süden abhauen das war ich ach so ich will noch mal trailer park durch gucken einfach mal so um zu sehen was da so ist nur jetzt sind wir da gelandet ich guck gerade hier noch mal einmal in der halle habe ich auch nicht wirklich was gefunden ich habe ein weiteres magazin für schnellwechsel und ich habe einen taktischen schafft für deine m4 ich weiß es nicht schuldig was ist alles gut alles gut also einfach nur lauter gedreht und jetzt und wollte ich das in die schuhe schieben ist gut ja du bist schuld ich habe noch einen wangenpolster für eine schrotflente jetzt wird es aber lustig hier die lichten stufe 2 russack in diesem häuschen und eine weste ich habe ein ganz kleines bisschen erwartet weil gehofft dass man in die wohnwagen rein kann das ist natürlich lustig gewesen aber hier stufe 2 russack ja genau meine rede ja 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 hör mir doch mal wenn ich was sage man ey meine lampe war gerade rot ich glaube ich übersteuere die einstellung ist doch nicht gut zumindest nicht wenn ich laut werde egal ein bisschen heilungskram für dich ich habe ein bisschen heilungskram für mich ja soll ich den benutzen möchtest du mir das sagen das war nur eine frage weil ich gerade was gefunden habe deswegen ich möchte übrigens wenn man sich halt so lustige animation wie ein farcry dass man einfach irgendwie sich so mit einem stock eine kugel aus dem arm pult bin jetzt mal froh dass es überhaupt alles halbwegs funktioniert ja okay dass man jetzt jetzt geht sogar obwohl die server gerade eben bild wie waren ja vielleicht war es die login server oder so nur ein heilungskram ey trailerpack ist geht so ja ich meine hier war ja eine ak eine m16 und so ja aber ansonsten würde ich sagen es geht so aber ich meine hier sind diese drei pferdchen die lichten schalldämpfer für eine handfeuer für dich nicht benutzen kann weil auf diese komische waffe die ich gerade habe keiner drauf geht awww 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 much sad so ey pozo könnten wir fast dann hinlaufen als nächstes ja warte mal kurz ich dropp dir hier mal noch zeug naja da ich hoffe du kannst es beides gebrauchen jop sehr schön hast du nicht ne visier oder sowas nö ok dann ist der trailerpack von gizu geradezu richtig scheiße degradiert worden auf jeden fall nicht gut ja aber zwei leute weg geholt ich habe nein oder aber das war auch ein richtig nicer headshot ja aus nächster nähe zufällig beim dauerfeuern aber er war nice er schien auch dann irgendwann gerade bm4s gefunden zu haben als er da rum muselte also war ich habe noch nicht nachgeladen war aber gut dass wir hinterher waren er lag die empfehle nicht auf dem tisch stimmt die empfehler auf dem tisch das hat dann vorbeigelaufen der deb ja er ist nicht das cleverste cookie in der jar ja ja warum gibt es eigentlich in amerika das keks also das keksglas und die keksdose und sonstige philosophische fragen heute bei pubg das ist bestimmt was gesellschaftliches genau wollen wir durch die häuser nochmal durch lutschen bevor wir weiter rennen oder ich glaube rechts stand auch was fahrbares oder wirklich mit paum und trompeten dann da rein fenster also ich versuche fenster ah fenster hier liegt oh hier liegt munition für deine ak da liegt sogar eine ak ja ja ich weiß aber die wollen ja nicht fenster achso ist eh keks drin nevermind wolltest du hier die munition nicht ich dachte du hast ich hab doch hä ak habe ich doch gar nicht ne hier liegt 5 mollimeter bist du dran vorgestriselt wo also ich hätte die auch nehmen können für meine m4 aber ich glaube das ist die ist bei dir besser aufgehoben gerade ich bin vor allem weil du ja die ak hast ich nehme einfach die m4 die hier liegt kann ich bitte meine erweiterung wieder haben da achso das war spaß eigentlich aber ich nehme sie trotzdem danke ich guck mal also ich wenn ich jetzt eine mini oder so finde dann würde ich dann halt auch die mini auf die mini wechseln ja oh ja oder du wechselst auf die mini oder was weiß ich weiß ja ich würde trotzdem endlich gerne mal äh ich hab grad ganz kurz pizza verstehe ich hab noch einen neuen schaft für dich gefunden schaft achso warte ich legen die wieder hier hin schaft 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 ja gut du musst halt wieder an deine penis sitzt ich habe noch einen schaft ach hier geht's hoch wollte ich schon sagen ähm wir sollten vielleicht so langsam weiter zonen mäßig hier liegt aha ein zweifach so ui ok mit dem auto hatte ich mich dann auch vertan aber gut fenster äh die zone ist direkt hinter uns kam da gerade in schuss also ich bin durch ein fenster gerannt ja aber dann klang das irgendwie sehr nicht nach fenster aber gut wir sollten vielleicht einfach geradeaus weiter laufen dann würden wir noch unverletzt ankommen möglicherweise ich glaube nicht nein wir schaffen es eh nicht unverletzt hast du regenerations zeug ein bisschen ok da lag noch eine weiteres magazin aber ist ja auch ich hab schon eins nein boah der sound effect mhm so nice that sound oh gott sind wir nicht mal am rand der stadt richtig wir müssen ja weiter rein wo sind sie ich werde die ganze stadt ist voller unholde wie immer mhm das ist voller unholde mhm 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 ach bin wieder drin bin in so einem häuschen und heil mich hier jetzt bist übrigens noch nicht in der zone nur so fyi dann ist gut bin nur gerade eben durch 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 und jetzt haben wir es nicht so weit das schon mal gut ganz auch vorher eigentlich nicht wirklich das stimmt willst du dich eben heilen auch bin ich bei was er gemacht das draußen hast du eigentlich einen helm auf ich habe gar nicht darauf geachtet habe ich gerade den helm auf eine sehr hässliche brille wunderbar komische leute überall lassen alle haben alle fenster und schreiben wo wir immer ein bisschen noch durch eiern oder meinst du waren sie schon fühlen sehen alle offen haus ich weiß jetzt kann ich das mit den türen ist 2 2 würde ich sagen sie sollen ich habe sie alle ich habe hier ein ich komme hier rein ich komme hier rein ich komme hier rein ich komme hier rein ich komme habe ich das genau das was ich mir gedacht hatte um scheiße wo sind sie könnten die denn jetzt eigentlich sein die hat man einen arm geschossen alter ja so da muss ich nur noch aufheben können das war knapp jetzt müssen wir hoch kommen müssen wir durch viel besser wie kommen wir auch da ist das so drin und irgendwas war geschalldämpft ich habe gibt es auch den schalldämpfer weil ich sie bei der lichter schalldämpfer auf dem mp war darfst du ihn behalten schauen wir doch mal schalldämpfer auf jeden fall eine karg ne der schalldämpfer war für hier dings hast du ja habe ich also hier ist auch noch hier ist auch eine karg genau ich weiß aber ich glaube ich bleib bei bei den beiden nimmst du sonst die karg oder nö ich bleib auch bei meinen ich bin damit sehr zufrieden mein dings ist voll brauchst du noch 5 mm munition vielleicht ganz bisschen gut hier liegen hundert paar 50 rum da die zone der wird die zone hallo mein charakter wird nicht springen wir sind schneller als die zone beim laufen ergo alles gut sollten trotzdem aufpassen nicht dass das wieder passiert 300 schuss für die und 200 schuss für die dusch mal gut muss hallo die getränkedose geschnappt das gut schuss von vorne müsste so osten gewesen sein ich glaube da oben auf dem berg aber zone denkt dran zu ja lassen wir weiter laufen das mal sind auch gerade selber unter beschuss perfekt aber wir müssen da hoch ja der hat mich auch ausgenockt was ja keine ahnung damit einfach sie besteht da oben auf dem berg und das wirst du ja ich bin jetzt tot ach scheiße hat er dich steht da steht da einfach irgendwo obendrauf ja okay dass ich war war nämlich noch in schon in einer deckung dabei hatte ich so gut angefangen ja dachte dass die schießen auf den anders oder werden beschossen das hatte ich halt auch vermutet deswegen war ich ein bisschen ja okay schön und dann aber auch einmal da gehockt und auf mich geschossen und ich dachte mir jetzt lacht nach und finne seinen kumpel wenn er gleich kommt du bist noch nicht in der zone der ist bestimmt weiter oben drauf der kumpel ok ich wollte gerade sagen was ist los mit dir halle verschwindung hier von strecken geht wo da links rechts auf dem boden zwischen dem ich kann er sich aber auch da nicht getroffen haben was falsch mit dem da hat er geschossen von der kack da kam gerade schüsse ja irgendwo da ist auch eine drop hinten links die dr mich nicht getroffen hat ich habe auch vor wie du noch nicht gesehen dass sich die ganze auf dem boden liegen und jetzt wo er liegt ich habe mache ich das denn echt nicht gesehen ganz guckt erst links dran vorbei dann gibt es recht und dann auf einmal schießen aber vor allem genauso erst genau gleich weit links dann genau gleich weit richtig das war schön noch keine gute optik also ich hatte in vier fahrer und zweifach zoom wir und der eine hatte keine gute opte bei dem hast du nicht reingeguckt der mich von oben gewischt hat ja gut der hatte wahrscheinlich auch mindestens ein vierer und wenn bei dir nicht das blöde ist ein stein du hast die ganze zeit immer dieses blöde blaue funzeln blöde blaue funzeln blöde blaue funzeln blöde blaue funzeln ja das was so ab und zu mal aufflackert wenn du in der zone drin bist oder halt aus der zone raus warum läuft da nicht immer noch so da draußen rum wie ein aufgeschrecktes huhn guck mal gerade ob hier ich habe hier schlüsse gehört ob hier wer lang kommt ok wo sind sie wo sind sie so heute ist nach hinten absichern dinge dann kommen sie trotzdem ich erinnere mich da immer noch an meine an die runde im krankenhaus wo du meinst die kommen doch die können wir hocken schon seit drei minuten irgendwie außerhalb der zone da und dann kommen sie tatsächlich noch ja ich habe gedacht ich gucke nicht richtig das klang nach kark ja ich habe das gefühl die gibt es irgendwie sehr oft hier auf der map das gefühl ich sehe und weiterhin in der zone drin ja 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 da ist er da komme ich aber zwei jahre nicht ran einfach mal fünf meter drüber zielen und dann wird das schon das war ein spaß das geht immer noch nicht ja ja den triffst du nicht lol den triffst du nicht lol doch gar nicht auf einzel schuss sicher das alter das war es wirklich du der treffer ja ich glaube es doch 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 er geht minimal immer daneben krass da zack wieder getroffen also er muss genau in dem ring sein dazwischen genau ja ok jetzt wurde er ich glaube der wurde gerade von wem anders getötet das ist zumindest die an ne der bewegt sich ja ok aber wird von wem anders beschossen aber er ist jetzt da unten und zack wieder getroffen ach sie den gar nicht krabbelt jetzt runter jetzt hinter dem ding also bei mir stehst du mitten irgendwo auf leeres gebiet ich sehe aber seine silhouette ganz leicht ok so jetzt ist er jetzt sehe ich ihn nicht mehr schade alter ich habe den dreimal getötet mindestens frage ist von wo wurde er sonst beschossen ja keine ahnung also er hat nach rechts geguckt wahrscheinlich dann da unten ja guck mal da hinten ist ein da wurde auch geschossen ja gut der job ist zeige ich jetzt gern was ab beim drop und da ist auch geht es auch jetzt hin dann geh doch mal hin ja haha ich noch fit sehen der will ich glaube an dich also ich habe wenn das ein kill gewesen wäre bei dem typen hier beim baum das wäre das wäre ein hammer gewesen doch vierfach so garantiert da es geht ja ab aber eine top ten hier da ist der job ich glaube das ist hinter den hügeln ich glaube beim job war noch niemand sicher na oder hier im haus sitzen die die man ja wahrscheinlich ich hab ganz kurz gedacht da war eine bewegung neben dir aber das war es einfach du der den sound gemacht hat willst du wirklich noch zu der kiste hin ja also aus den häusern raus schießen sie garantiert ich weiß nicht ob das aus den häusern ist meinst du dahinter und es ist drin achtfach und eine m24 dann ist ok so wo ist er da oben jetzt ist er dran naja der hat jetzt da ja sowieso die zone War da nicht links? Ne, es war ein kaputter Reifen. Alles gut, sorry. Willst du es nicht riskieren in die Häuser reinzugehen? Wiss ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher gerade. Wird dann erstmal, bleib mal da hocken und guck, ob links welche kommen. Hinter dir halt so. Ich glaube, da Halle und so. Weil da sind glaube ich keine mehr und dann bis jetzt... Ist egal, die stören dich gerade nicht. Du bist mitten in der Zone immer noch. Ja, ich will das trotzdem sehen. Da ist niemand. Du bist der einzige, der noch hinter dieser Kuppel ist. Auto. Von vorne wechsle die Waffe. Wechsle die Waffe. Ok, die werden aus der Stadt beschossen. Aber leben noch. Von wo da? Keine Ahnung. Links ist Schallgedämpftes. Hm. Also die bei der Hütte leben noch. Die aus der Stadt, da brauchst du jetzt gar keinen Koffmann. Die müssen eh gleich zu dir kommen. Ja, ja. Ich bleib auch hier. Ausfindlich nicht gut. Hm. Hm. Da würde ich halt längst noch ab und zu rüber gucken auf die Kuppel. Ja, ja. Hm. Oh, das war Haus, oder? Das ist sehr nah gewesen. Aber die müssen jetzt hier laufen. Mhm. Da läuft glaube ich einer, oder? Habe mich vertan. Ja, das sind die im Haus. Die fließen gerade. Wo sind die, die jetzt aus der Stadt, oder die aus der Ecke kommen müssen? Vielleicht fahren die einfach weiter links. Nee, da unten ist so ein Geräusch. Den Jeep hat es zerlegt. Und ich bin auch direkt noch wieder an der Zone dran. Alter, die Häuser sind halt in der Zone. Das ist so kacke. Hier Leute leben noch. Ja. Ich glaube, das ist einfach hinter dir an diesem Abhang unten drunter, dass du den nicht sehen kannst von da, ohne dich zu sehr zu präsentieren. Also lass es einfach. Willst du ihn jetzt von hinten holen? Mhm. Ja, das ist der rechts da. Den haben die gerade geschossen. Vom Sound her müssten die hier irgendwo sein, aber gut. Okay. Wurde da in-house einer ausgenockt? Scheint. 20 Sekunden bis Zone. Ausgenockt heißt, du hast noch ein Team und einen weiteren. Tot. Gut, jetzt hast du noch ein Team. Äh, jetzt hast du noch zwei, eins. Nice. Zwei am Leben. Da ist er, da ist er, da ist er! Dammit! Ja! What the fuck? Schön. Wir sind einfach nicht auf dem Schirm hatten. Ich gucke noch mal mein Deathcam, aber ich will sehen, was der auf mich geschossen hat von da um. Der Drecksack. Wow. Deathcam hier. Hä? Hä? Also ich kann ja auch, äh, ich hab auch ne Deathcam, ich weiß aber nicht von wem. Ist es vielleicht der Chicken der Deathcam-Dings gewöhnt? Möglich? Ne. Ja. Ja. Ach so, der, der mich einmal erschossen hat, aber mich nicht endgültig erschossen hat. Ja, der hat einfach mit deinem vierfachen Supergutzen mich halt direkt gemischt. Ach, Altsa, das, das war... Schwein! Das war knapp. Schwein! Das war aber nice, 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 nice! Geilo! Und dann. Vielen Dank.